Hi YouTube, was geht ab? Wir gucken in die Geheimnisse der deutschen Superreichen von Simpli. In dem Sinne, let's go. 2019. Ein kühler Frühlingstag in Hamburg. Eine 25-jährige Frau betritt die Bühne einer der größten digitalen Marketing-Messen der Welt. Sie sagt etwas, das viele Menschen wütend macht. Mein Name ist Verena, ich bin die vierte Generation von Balsen. Wir backen seit 130 Jahren Kekse. Geil. Mal mit euch ein Experiment ausprobieren und wir gucken einfach mal, was passiert. Ich würde gerne mal heute nicht versuchen, irgendwas vermeintlich Schlaues zu sagen. Okay, schau jetzt mal kurz drauf, das wird glaube ich gleich mega deep. Ich möchte kurz eine Story erzählen, die keinen jucken wird, okay. Es gab mal bei Balsen so einen Werksverkauf und da habe ich mir so einen ganzen Müllsack voller Pickups mitgenommen. Das war es auch schon. Gut, weiter geht's. Balsen ist ein Backwarenhersteller. Ihr kennt sicherlich die Leibniz Butterkekse, den Leibniz Schoko-Vollmilchkeks und die Zookekse. Das deutsche Familienunternehmen erzielt mit seinen Backwaren einen Jahresumsatz von mehreren hundert Millionen Euro. Diesen Umsatz weiß Verena vielleicht ein wenig zu öffentlich zu schätzen. Mir gehört ein Viertel von Balsen, da freue ich mich auch drüber. Das ist crazy. Das ist das, das ist crazy. Soll mir auch weiterhin gehören? Ich will Geld verdienen und mir Sägejachten kaufen von meiner Dividende und sowas. Das war cringe. Nicht nur, weil die 25-Jährige sich mit ihrem geerbten Vermögen eine Yacht kaufen will, sondern auch, weil ihr Reichtum von einem Konzern stammt, der im Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeiter eingesetzt hat. Von etwa 1940 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs hat die Firma Balsen hunderte von Zwangsarbeitern in einer ihrer Fabriken in Hannover beschäftigt. Naja, Hannover, da sehen wir es wieder. Spaß. Hannover, da haben wir alles klar gemacht. Gegenüber der Bild sagt sie, dass die Zwangsarbeiter vor ihrer Zeit waren und dass sie genauso viel wie deutsche Arbeiter verdient hätten. Das Unternehmen habe die Zwangsarbeiter gut behandelt. Weite Teile der Öffentlichkeit fanden diese Antwort nicht besonders überzeugend. Wenige Tage später verschwindet Verena aus dem Rampenlicht und entschuldigt sich. Doch es ist zu spät. Balsen hat den Stein bereits ins Rollen gebracht und investigative Reporter beginnen, noch tiefer nachzuforschen. Was war der ursprüngliche Grund für diesen Bühnenauftritt? Ich dachte jetzt irgendwie, jetzt kommt sie direkt das selber auf oder so. Aber das ist, weil sie einfach nur die 20 Minuten auf der Bühne nutzen, um zu flexen, Bro. Ist das das Ding? Das ist krass, das ist krass. Keine Ahnung, neue Kekse zeigen oder so. Na, danke, Bro. Ey Leute, wir gehört übrigens 25% von dem Unternehmen, was 100 Mio Umsatz im Jahr macht. Und hier sind die neuen Schokokekse von Balsen. Kleine Überleitung von meinem Privatvermögen zu diesen Keksen hier von Balsen. Bro. Sie finden heraus, dass die damaligen Eigentümer des Balsen-Imperiums Mitglieder der NSDAP waren und an die SS gespendet haben. Viele der in Hannover eingesetzten Zwangsarbeiter kamen aus einer Fabrik in Kiew. Die Familie Balsen übernahm diese Fabrik nach der Besetzung durch die Nazis. Die Balsens beauftragen daraufhin den Historiker Manfred Krieger mit der Untersuchung ihrer Familiengeschichte. Der öffentliche Druck ist offenbar zu groß. Verena Balsen ist kein Nazi. Doch die Aufarbeitung und der Umgang ihrer Familie mit der eigenen Vergangenheit ist problematisch. Und die Balsens sind kein Einzelfall. Sie sind nicht allein. Es geht noch viel schlimmer. Ich glaube, Müller ist auch noch so ein Ding, oder? War Müller nicht, was war, Müller war auch irgendwas. Das wird selber auch noch gleich gesagt. Ich freue mich auf die TikToks, wo ich wieder eine linksversiffte Dreck-Sau bin. Can't wait. Auf TikTok würde ich jetzt schreiben Balsen-W. Mag die Balsen-Kekse nicht, aber Balsen-W. Dieses Video ist ursprünglich auf Englisch erschienen. Wenn du dein Englisch verbessern willst oder dir für dieses Jahr vorgenommen hast, eine komplett neue Sprache zu lernen, ist die App Jiki vielleicht was für dich. Ich werde anfangen, wieder Russisch zu lernen, Chat. Die Lektionen von Jiki sind wie Hörbücher aufgebaut. Du kannst sie dir entspannt auf dem Weg zur Arbeit, auf langen Autofahrten oder auf dem Sofa geben. Neben Englisch, Französisch und Spanisch gibt es noch viele weitere Sprachen. Für Japanisch gibt es zum Beispiel eine sehr... Elchel kennt ihr schon das schwedische Griechen Lutschmein? Lutschmein, Schwarzhaupts. ...coole Einführung in die Kultur des Landes und die Herkunft der Sprache und Schrift. Dann gibt es verschiedene Übungen zur Aussprache und Lektionen zu realistischen Situationen bei einem Besuch in Japan. Ihr könnt Jiki ganz entspannt und ohne Risiko testen. Wenn der Lernerfolg ausbleibt, bekommt ihr in den ersten 20 Tagen euer Geld zurück. Ja, dann kriege ich ziemlich wahrscheinlich mein Geld zurück. Mit diesem QR-Code oder über den Link in der Beschreibung erhaltet ihr zum Jahresbeginn 30% Rabatt auf eure ersten... Das ist ein gutes Angebot. Das erscheint mir ein sehr gutes Angebot. Dazu einfach den Gutscheincode Jiki30. Deutschland ist eine der größten Wirtschaftsmächte Europas. Ein Land mit einer gut aufgestellten Industrie und einem starken Mittelstand. Die deutsche Wirtschaft basiert dabei teilweise auf einer Unternehmenstradition, die sich von vielen anderen westlichen Ländern unterscheidet. Einige der größten und wichtigsten Unternehmen werden weitgehend oder vollständig von Familien kontrolliert. Und Familien haben eine Vergangenheit. Mein Name ist Dave Dior. Ist das im Ausland nicht so? Ich dachte, das ist überall so. Ein Mittel-East-Korrespondent für die deutsche Finanzkarte. Und ich schreibe Nazi-Billionaire. In diesem Video geht es um drei dieser Familien. Ihre Unternehmen stellen Produkte her, die heute nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken sind. Sie haben versucht, sich zu drehen und zu winden, anstatt sich zu ihrer wahren Vergangenheit zu bekennen. Sie wollten sie so lange wie möglich unter Verschluss halten. Diese Dynastien haben so viel Reichtum angehäuft, dass sie an den Spitzen vieler Vermögensranglisten stehen. Doch die Namen und Gesichter der Familienmitglieder habt ihr vermutlich noch nie gesehen. Diese Geschichte beginnt mit einem Gesicht, das ihr wahrscheinlich alle kennt. Henke. Heinrich Himmler war einer der führenden Persönlichkeiten der NSDAP und einer der Hauptverantwortlichen für den Holocaust. Er wurde von Hitler zum Reichsführer der Schutzstaffel ernannt. Das brachte ihn schließlich in die Position des Reichskommissars für die sogenannte Festigung des deutschen Volkstums. Himmler konnte entscheiden, wer in den besetzten Gebieten Deutscher war und wie man mit denjenigen umging, die es nicht waren. Er errichtete das erste Konzentrationslager. Hitler war davon so... Däng, ehrlich. Klingt nach einem chilligen Dude. Ja, ja. Mega chillig, der Kollege. Wie grausam muss ein Mensch gewesen sein. Das ist unvorstellbar krass. Eindruckt, dass Himmler mit dem Aufbau des gesamten Vernichtungssystems beauftragt wurde. Er sollte die sogenannte Endlösung der Judenfrage umsetzen. Allein seine Einsatzgruppen haben fast zwei Millionen Menschen getötet. Bro. Doch in diesem Video geht es nicht um die Gräueltaten von Himmler, sondern um seine Freunde. Der Freundeskreis der Wirtschaft war eine Gruppe deutscher Industrieller, die als Vermittler zwischen der NSDAP und der Industrie fungierte. Die Gruppe koordinierte rund eine Million Deutsche Mark, die Himmler außerhalb des Budgets für sogenannte arische Rassenforschung verwendete. Einer der besonders leidenschaftlichen Nazis in dieser Gruppe war der Geschäftsführer eines Unternehmens, das die meisten nur allzu gut kennen. Richard Kasselowski. Er verteilte signierte Exemplare von Mein Kampf an neue Mitarbeiter. Als Mitglied von Himmlers engstem Kreis nahm er an so gut wie jeder Sitzung des Arrow-Clubs in Berlin teil. Kasselowski finanzierte Himmlers Lebensborn. Das war der Plan, die sogenannte Arisierung zu unterstützen, indem man Eltern ihre Kinder wegnahm, sie kategorisierte und sie anderen Eltern zuordnete. Die unerwünschten Kinder wurden oft in Konzentrationslagern ermordet. Bro, what the fuck? Kasselowski war außerdem der Stiefvater von Rudolf August Oetker. Ist das eine Pizza? Ein Bissen vielleicht. Für alle, die mit Muffins Freude schenken. Die verführerische Pizza-Restaurante von Dr. Eck. Bro, Dominik sagt immer, dass jeder, der Restaurante sich kauft, ist ein Hurensohn. Also Dominik ist der festen Überzeugung, dass Restaurante die schlechteste Pizza ist, die wir haben im Supermarkt. Man findet die Produkte in jedem Supermarkt. Entweder in der Tiefkühlabteilung oder bei den Backwaren. Stimmt, aber ich weiß nicht, ich habe die noch nie gegessen. Dr. Eck ist eines der größten Familien... Ich war früher krasser Big-Pizza-Guy, aber die hatet Dominik auch immer. Aber ich sage euch, die Beste sind Gustavo Gusto, Bro. Da kommt nichts dran. Das ist Big Facts. Das sind die Besten. ...geführten Unternehmen der Welt mit einem Jahresumsatz in Milliardenhöhe. 1921 wird Richard Kasselowski Vorstandsvorsitzender von Dr. Oetker. Für Rudolf August ist sein Stiefvater Richard ein großes Vorbild. Ich kann nicht vorstellen, einen besseren Vater als Richard Kasselowski. Rudolf August sagte in einem Interview mit einem deutschen Journalisten, mehr als ein halbes Jahr später. Bro, hab. Nur ein besseres Lehrer für mich. Rudolf August war wie sein Stiefvater auch ein echter Nazi. Er wurde nicht eingezogen, sondern hat sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet. Es war nur für die meisten ideologischen Nazis, die zur Waffen-SS. Es war ein sehr strengendes Training und ein sehr strengendes Selektionsprozess. Es war also abnormal in diesem Sinne. Rudolf August behauptet später, dass er über das Ausmaß der Konzentrationslager nicht Bescheid wusste. Dabei wurde er selbst teilweise in einem ausgebildet. So part of Rudolf August Oetker's Training took place at Dachau-Konzentrationslager. And he would later claim, that the barracks were separate from the concentration camp. But in fact it was part of the same complex and concentration camp prisoners would clean. Haben die wahrscheinlich auch nie drüber geredet, oder? The barracks of the aspiring SS-Officers that were trained there. Rudolf Augusts Nazi-Vergangenheit spielte nach Kriegsende nie wirklich eine Rolle. Seine Familie hatte zwar durch Enteignungen und den Einsatz von Zwangsarbeitern profitiert. Trotzdem musste er sich nur für seine Rolle in der Waffen-SS verantworten. Wegen seiner Nazi-Vergangenheit stand er nie vor einem Gericht. Stattdessen wurde er von einem Ausschuss entlastet, der ausschließlich aus Angestellten seines Unternehmens bestand. Er bestritt, dass er sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet hätte. Einige Monate später bestätigten britische Beamte seine Entlastung. Ne, finde ich aber legitim dann. Und Rudolf August wurde zum CEO von Oetker. In den nächsten Jahrzehnten machte er aus Dr. Oetker ein Milliarden-Imperium. Als er 2007 starb, wurde das Unternehmen unter seinen acht Kindern aufgeteilt. Tschüch, Digga. Bro hat aber richtig losgelegt, Junge. Jedes von ihnen wurde zum Milliardär. Alter! Holy! Aber, Bruder, Dr. Oetker ist bei allem drin. Also wie die am Anfang gesagt haben, ist nicht wegzudenken. Das geht nicht, Bro. In jedem Lebensmittel-Ding ist das ja drin. Und vielleicht machen die auch Sachen, die nicht Lebensmittel sind. Weiß ich nicht genau. Rudolf August konnte seine Vergangenheit gut verbergen. In einer Presseerklärung an uns stellt die Oetker-Gruppe klar, dass Rudolf August die Untersuchung der NS-Geschichte des Unternehmens mit einem Veto untersagt hat. Und das bis zu seinem Tod. Erst 2008, ein Jahr nach seinem Tod, beauftragten Rudolfs Kinder Historiker, um die Geschichte ihres Unternehmens wirklich aufzuarbeiten. Im Jahr 2013 gab auch... Hä, aber als ob die das nicht wussten. Man merkt doch, ob da... Also, oder? Also, wenn dein Dad bei der Waffen-SS war, das kriegst du doch mit, oder nicht? Woher? Naja, ich hab irgendwie das Gefühl, das wüsste man. Aber vielleicht ist es nicht so. Man würde das nicht mitbekommen? Hat ja doch verheimlicht. Ja, aber Bro, kann man das so krass verheimlichen? August Oetker, der älteste Sohn zu, dass sein Vater ein Nazi war. Doch sein Eingeständnis bedeutete nicht, dass die gesamte Familie es genauso sah. Rudolf August heiratete mehrere Male. Während die fünf älteren Oetker-Kinder bereit waren, eine Untersuchung in Auftrag zu geben, waren die drei jüngeren Kinder weniger aufgeschlossen. Die Mutter der drei Jüngsten, Maja, wies eine wesentliche Behauptung der Untersuchung zurück. Ihr verstorbener Mann sei kein überzeugter Nazi gewesen. Rudolf August hat gehofft, dass sein ältester Sohn August den jüngsten Sohn Alfred ausbilden würde, um die Position des Geschäftsführers zu übernehmen. Eine Machtteilung zwischen dem Ältesten und dem Jüngsten, um die Harmonie und Einheit innerhalb der Familie zu wahren. Doch als August die Unternehmensleitung aufgab, beförderte er stattdessen seinen jüngeren Bruder Richard. Dr. Oetker spaltete sich in zwei Teile. Bis heute sind sie ideologisch gespalten. Die ältesten Geschwister beschlossen, den Namen der nach ihren Nazi-Großeltern benannten Rudolf-August-Stiftung zu ändern. Die jüngsten Geschwister wollten die Stiftung belassen, wie sie ist. In einer Stellungnahme an uns argumentiert das PR-Team der jüngeren Geschwister, dass der Name ihrer Stiftung beibehalten wird, weil die Familie bereits transparent mit ihrer eigenen Vergangenheit umgegangen sei. Das linke und das rechte Dr. Oetker, nee, Bro, das war Twix. Das ist was anderes, Bro, da hast du kurz zwei Dinger verwechselt. Es gab die von ihr beauftragte Untersuchung der NS-Geschichte. Außerdem wurde die Herkunft der Familienkunstsammlung erforscht. Dr. Oetker erzielt den Großteil ihres Umsatzes außerhalb Deutschlands. Holy, was? Auf der englischen Website steht nicht eindeutig, wer Rudolf August Oetker oder sein Stiefvater wirklich waren. Man kann zwar auf den Link zur Untersuchung der Familiengeschichte klicken, aber das entsprechende Buch kann man nur auf Deutsch kaufen. Dafür erfährt man auf der englischen Website, dass Rudolf August Dr. Oetker wieder aufgebaut und neue Märkte und Geschäftsbereiche erschlossen hat. Man findet keinen Hinweis dazu, dass er sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet hat. Heute gehören Rudolf Augusts Kinder zu den reichsten Menschen der Welt. Einige von ihnen wollen offenbar von der Nazi-Vergangenheit ihrer Familie ablenken. Andere Dynastien geben sich bei der Verschleierung ihrer Geschichte weniger Mühe. Ich meine, das ist halt auch die Frage, was willst du da halt machen, ne? Wenn so dein Opa war halt so bei der Waffen-SS und du erbst jetzt so das... Boah, das ist... I don't know. Das ist tricky. Muss man dann als Enkelkind irgendwie gerade stehen für die Fehler vom Opa? I don't know. Aufarbeiten halt, ja, I guess. Ja, und positionieren, ja. Offen damit umgehen, I guess, I guess. Das ist dann der Play wahrscheinlich. Und vielleicht einen Teil halt auch donaten. Im Mai 2017 treffen sich drei Personen in einem Restaurant außerhalb von München. Ein Verleger, ein Journalist einer Bayerischen Landesrundfunkanstalt und ein Mann namens Ernst Knut Stahl. Laut dem Verleger habe Stahl während des Treffens Folgendes gesagt. Es droht Gefahr. Es gibt eine Straße in New York mit vielen Investmentbankern, Anwälten und so weiter. Zufälligerweise sind das alles Juden. Aber das ist hier nicht relevant. Warum zum Fick erwähnt ihr das dann? Sie wollen Deutschland in den Ruin treiben. Sie kontrollieren alles. Stahl habe außerdem gesagt, dass es eine Zeitung geben müsse, die wirklich die Wahrheit schreibt. Ja, 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 ja. Nicht diese Lügenpresse. Ja, endlich sagt's mal jemand. Peter Bartels, ein ehemaliger Chefredakteur der BILD, würde ihm dabei helfen. Ein paar Monate später erscheint tatsächlich eine neue Zeitung, an der Bartels mitgearbeitet hat, der Deutschlandkurier. Die Zeitung unterstützt offen die AfD und Ernst Knut Stahl hat der Zeitung vermutlich einen ihrer größten Geldgeber beschert. Stahl war nämlich Vermögensverwalter von einem der reichsten deutschen Milliardäre, August von Fink Jr. August war einer der Erben des von Fink-Imperiums. Ende November... Warum haben die das da zensieren müssen? Das sieht mir aus, als hätten die das im YouTube-Studio danach zensieren müssen. ...über 2021 verstarb er und hinterliegt... Ach so, da stand da August von Fink oder was? ...dies ein Immobilien-Imperium. August von Fink lebte nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz. Aus steuerlichen Gründen. Sein Vater wusste scheinbar ebenfalls, wie man Geld spart. 1931. Hitler trifft sich mit den reichsten Deutschen im Berliner Hotel Kaiserhof. Er sieht einfach aus wie so ein... Also ich meine, er ist ja auch. Aber er sieht wirklich, vor allem auf diesem Bild, Junge, das sieht wirklich aus wie so ein Ultra-Bösewicht, Alter. Also wie gesagt, ist er ja auch. Aber so wirklich wie so aus Hollywood oder so. Das ist crazy. Sucht nach Geldern für Waffen für die Sturmabteilung. Das war die paramilitärische Kampforganisation der NSDAP. Der erste Mann, mit dem Hitler spricht, ist August von Fink Senior, der Vater von August von Fink Junior. Von Fink Senior kontrollierte die Privatbank Merck Fink. Außerdem hielt er bedeutende Anteile an den Versicherungsunternehmen Allianz und der Münchner Rück, die sein Vater mitgegründet hatte. Von Fink gilt damals als der geizigste Mann Bayerns. Er hat keine Probleme damit, Geld für die Nazis zu sammeln. Er schafft es über die Allianz, 5 Millionen Reichsmark für die Bewaffnung der SA zu bekommen. Im Gegenzug wird von Fink mit politischem Einfluss belohnt. Er kann nun seine jüdischen Feinde ins Visier nehmen. Als die Prosecution gegen die Jews wirklich in 1937, 1938 rief, er schreibt, dass einer seiner Hauptkompetitor, Martin Aufhäuser, er sollte aufgrund der Bank in jüdischer Behörden sein. Fink schreibt in einem Brief an die Handelskammer München, dass das deutsche Privatbankgewerbe noch weitgehend aus nicht-arischen Firmen besteht. Die allmähliche Säuberung dieses durch das jüdische Element... ...durch das jüdische Element so stark beeinflussten Gewerbes darf nicht durch die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen aufgehalten werden, ...sondern muss mit allen Mitteln gefördert werden. Aufhäusers Bank wird während der Novemberpogrome beschlagnahmt. Und von Fink hat Blut geleckt. Dreifuß ist damals eine der größten deutsch-jüdischen Privatbanken. Und Fink setzte den jüdischen Eigentümer Willi Dreifuß... Das gleiche machte Fink mit den Rothschilds. Und von Fink war nicht nur ein finanzieller Opportunist. Er war auch ein echter Nazi. Hans Schmidt Polex war ein leitender Angestellter der Allianz und... Polex? ...Freund von Fink. Er sagte nach dem Krieg, dass von Fink geglaubt hätte, dass Hitler von Gott gesandt sei, um das deutsche Volk zu retten. Oh dear, what the fuck, Alter. Junge, 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 Junge. Ist das krank? Bro, das ist, das ist kranke Scheiße, Mann. Das ist kranke Scheiße. Junge, um das deutsche Volk zu retten. Ah, wirklich, Junge, immer so Sätze, wirklich so. Als wäre so das deutsche Volk so, Junge, so in Angriff einfach. Ey, Mann, 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 Mann. Die müssen alle mal ein bisschen, was weiß ich, ein bisschen Gras anfassen gehen. Laut Polex war Fink ein überzeugter Nazi, der für seine Überzeugungen notfalls auch gestorben wäre. In der Realität hatten seine Überzeugungen aber so irgendwie gar keine Konsequenzen. So, in August, for Fink, die Nazifizierung, strange things started to happen. Evidence started to disappear from the case file. Oh, das ist wirklich Zufall. Ja, ja, Zufall, ja, jo. But most importantly, Julius Harreff watered down the indictment against von Fink. Long after the trial had ended, there was reporting that Harreff had been blackmailed by von Fink's accomplices. Harreff was homosexual. There were rumors of letters that he had sent to younger men that were used against him as part of the blackmail. So entkam von Fink der Justiz. Er musste zwar rund 2000 Mark an einen allgemeinen Entschädigungsfonds zahlen. Oh, die waren wahrscheinlich nicht mehr drin. Oh, das ist ein Krankheit-Kritt gewesen für den Milliardär. Oh, nee, 2000 Mark. Doch er legte Berufung ein. Bro, was? Okay, das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Dass er da auch noch mal Berufung einlegt, ist crazy. Doch er legte Berufung ein. Er sei nicht schuldfähig, weil er noch unter einer Knieverletzung aus dem Ersten Weltkrieg litt. Okay. Der Berufung wurde stattgegeben. Bro, was? Der Typ ist Milliardär und hat... Alter, das ist krass. Das ist krass. Bro. So knauserig ist nicht mal Wieland, Junge. Holy shit. Und Wieland hat mal von seinen Freunden eine Intervention bekommen, weil er zu knauserig ist. 1970 ist August von Fink Senior der zweitreichste Mann Deutschlands. Nach seinem Tod 1980 erbt sein ältester Sohn August Junior sein Vermögen. Dieser verkauft die Allianz und merkt Fink-Aktien an die Barclays Bank. Als August Junior im Jahr 2021 stirbt, erben seine Frau und ihre Kinder ein Vermögen von schätzungsweise 8 Milliarden Euro. Eine Aufarbeitung ihrer Nazi-Vergangenheit und des wahren Ursprungs ihres Reichtums sucht man vergeblich. Wir haben die von Finks um Stellungnahme gebeten, aber leider keine Antwort erhalten. Was macht man mit so viel Geld? Naja, ausgeben, oder? Ich war leider, also, das ist leider, aber es wäre schon sehr interessant gewesen. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, aber bei uns gab es einen Ausflug in der Schule. Wo man ein Konzentrationslager besucht hat und also so das, was übrig geblieben ist, so mäßig. Und ich war an dem Tag krank. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich hätte es, auch wenn es wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, auch wenn es zu 100 Prozent unfassbar bedrückend ist, ich hätte es irgendwie gerne mal gesehen, checkt ihr? Weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, man hat es halt nur in so Dokumentationen gesehen und so, genau. Kann man immer noch machen. Kann man da einfach so hin? Ich dachte, das ist nicht so easy. Kann man, ist das wie so eine Art, ich sage jetzt mal Museum oder so, wo man halt dann so hingehen kann, so mäßig. Ja? Ah, okay, krass. Ja, das muss man eigentlich mal machen. Ja, iRailstream vielleicht nicht unbedingt. Da würde ich schon mal hingehen. Ja, wie so eine Gedenkstätte, genau, ja, das meine ich. Ist verpflichtend für die Schule in ein KZ zu gehen? Finde ich gut. Also muss jetzt nicht unbedingt in der dritten Klasse passieren, you know? Dann müssen Sie jetzt nicht unbedingt in der dritten Klasse sagen, ja, hier wurden übrigens zwei Millionen Menschen vergast oder so. Aber man sollte das schon mal gesehen haben, you know? Das sollte nicht nochmal passieren. Ich meine, wir können nichts dafür, dass es schon mal passiert ist, so, ne, unsere Generation. Aber wir können verhindern, dass es nochmal passiert. Und wir müssen verhindern, dass es nochmal passiert. Aber wirklich, deswegen vor allem, geht wählen, ihr wisst Bescheid. Wichtig. Wichtig, sehr wichtig. Im September 2015 spricht die reichste Frau Deutschlands auf einer Pressekonferenz. Deutschland ist ein Gründerland. Was zur Gründerzeit Männer wie Karl von Linde oder Robert Bosch waren. Susanne Klatten ist die Erbin eines der erfolgreichsten Unternehmen Deutschlands, BMW. Doch als sie in der Pressekonferenz auf die großen deutschen Gründer verweist, erwähnt Klatten weder ihren Vater noch ihren Großvater. Dafür gibt es auch einen Grund. An einem Februarabend des Jahres 1933 treffen sich einige Milliardäre in der offiziellen Residenz des Reichtagspräsidenten Hermann Göring. Anwesend sind Baron August von Fink, Kurt Schmidt, einige Manager von Chemieunternehmen Gustav Krupp, Friedrich Flick und Günther Quandt, der Gründer von BMW. Nur wenige Wochen zuvor hat Adolf Hitler die Macht übernommen und wurde zum Reichskanzler ernannt. Er trifft die Unternehmer an jenem Februarabend persönlich, um mit ihnen über die Zukunft der Nation zu sprechen. Am 5. März 1933 würde die letzte Wahl des deutschen Volkes stattfinden. Hitler verspricht ihnen ein stabiles Geschäftsklima, sollte er gewählt werden. Quandt und die anderen Industriellen stellen der NSDAP einen Scheck über Tausende von Reichsmark aus. Damit unterstützen sie einen Mann, dessen Ziel das Ende der deutschen Demokratie ist. Günther Quandt war einer der größten Nutznießer von Zwangsarbeit in Nazi-Deutschland. Im Gegensatz zu anderen großen Rüstungsunternehmen wie Krupp und Flick wurde Günther Quandt nie für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen. Quandt wurde zum Marktführer der Rüstungsindustrie. Er versorgte das Dritte Reich mit Munition und Batterien. Günther Quandt war ein Brazen-Opportunist, der versucht, sein Geschäftsklima zu erweitern, in allen Möglichkeiten zu profitieren, von der Dritten Reich. Durch die Weaponsproduktion, durch die Expropriation von jenisch-owned Unternehmen, Expropriation von Unternehmen in deutsch-occupierten Territories, als auch durch die massen Exploitation von Krieg und Flickern. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ich fand, dieses ganze Thema, ich nenne es jetzt einfach mal so Nazi-Deutschland, also so das Dritte Reich und so, ich fand es so langweilig, alles in der Schule. Und jetzt, wo ich raus bin, denke ich so, oh mein Gott, das ist alles so interessant, holy shit. Richtig am Aufsaugen, könnte mir so gefühlt jeden Tag eine Doku dazu reinziehen. Vor der Schule so gepennt da immer. 1943 machten Zwangsarbeiter in seiner Akkufabrik in Hannover etwa die Hälfte der Belegschaft aus. zusammen mit der SS errichtete Quandt ein KZ-Außenlager auf dem Fabrikgelände. In dem Konzentrationslager gab es einen Galgen und einen Hinrichtungsplatz. Häftlinge hatten teilweise Unfälle mit kochend heißem Metall oder Hände und Arme blieben in Maschinen stecken. Doch das war längst nicht alles. Random Beatings, Executions, no medical care. Das Unternehmen ging monatlich von 80 Toten aus. Die Inhaftierten blieben im Schnitt sechs Monate lang. Dang. Günther Quandt endet up using about 60.000 forced and slave laborers across his battery and weapons companies. What the fuck, bro? But the topic of force and slave labor did not come up at all during his Denazification trial. Bro hört gerade das erste Mal davon. Nein, nein, das nicht. Ich wusste nur nicht, dass... Also mir war bewusst, dass ein paar von den großen Firmen, die wir in Deutschland haben, gegründet wurden von Leuten, die früher Nazis waren oder so. Aber mehr als das wusste ich auch nicht. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es ein Ding war, dass Zwangs- und Sklavenarbeiter quasi so da benutzt wurden und so. So, you know, ich wusste das nicht. Neither did the many organizations that he had done all across Europe and in Nazi Germany. Günther Quandt wurde später, wie von Fink, als einfacher Mitläufer betrachtet. Er musste nur eine Geldstrafe zahlen. Er kam ungeschoren davon und wurde nicht strafrechtlich verurteilt. What the fuck, bro? Dabei hatte Günther Quandt eine extrem enge Verbindung zu Nazi-Deutschland, die weit über die tausenden Zwangsarbeiter in seinen Fabriken hinausreichte. Seine zweite Frau ließ sich von ihm scheiden und heiratete stattdessen einen der Hauptarchitekten des Naziregimes. Josef Goebbels war Propagandaminister und Stiefvater von Günther und Magdas Sohn Harald Quandt. Harald Quandt wuchs in einer der radikalsten Familien des Dritten Reiches auf. Nach dem Krieg wurde Harald Quandt zu einem der reichsten Männer Westdeutschlands. Er starb im Alter von 45 Jahren bei einem Flugzeugunglück und hinterließ sein Nachkommen hunderte Millionen. Seine Töchter und Goebbels Stiefenkelinnen lassen ihr Vermögen heute durch das Harald Quandt Family Office verwalten. Nach eigenen Angaben halten sie drei Allein- und eine Mehrheitsbeteiligung an mehreren Finanzdienstleistungsunternehmen. Insgesamt handelt es sich um ein Vermögen von rund 17 Milliarden Dollar. Dinger! Aus den Millionen Erbinnen sind still und leise Multimilliardäre geworden. Doch im Familienimperium der Quandts gibt es noch eine weitere nennenswerte Persönlichkeit. Herbert Quandt. Herbert Quandt war die... Zwei Sellout Streams. Ja, ja. Bro. Ein Placement, eine Insta-Story. What the fuck? Elders Son von Günther Quandt. Und er wurde später als der Savior. Bro, ich bin immer noch der Meinung, dass wirklich diese ultra, ultra super Reichen, die sollten... Es sollte einfach eine Erbschaftssteuer geben, Bruder. Es macht keinen Sinn. Warum sollten die immer und immer mehr Geld in ihren riesigen Tresoren, sag ich mal, jetzt so im übertragenden Sinne, unstacken, Bro. Es macht keinen Sinn. Es sollte wieder zurückgehen langsam, you know? Es ist stupid. Kein Mensch braucht mehr als, weiß ich nicht, 100 Mio. Nicht mal das braucht man. Also, you know, alles was über 5 Mio ist, Digga, einfach mal richtig krank versteuern. Und gut ist, das ist krank scheiße, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Rolex an seinen Sohn vererbt. Okay, ja, checke ich, dass man da jetzt keine Steuer drauf zahlen sollte und so. Aber ob jetzt jemand 100 Mio bekommt oder sagen wir 70, das juckt nicht. Das ist scheißegal, Bro. Bis heute gibt es eine BMW-Stiftung in seinem Namen. Also, dich blöde versteuern? Ja, Realtalk. Also, Realtalk. Keine Ahnung, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt sterbe und ich hab dann irgendwie, weiß ich nicht, 5 Mio auf dem Konto. Also, Digga, mein Sohn oder meine Tochter oder meine Ehefrau oder so, Bruder, die kommen auch klar, wenn es 3 Mio sind. Ich denke, das werden die verkraften. Digga, das ist so, das ist Überhol. Kein Mensch braucht so viel Geld, Bro. Alleine, also, das ist übelst dumm, Realtalk. Also, hast du mehr als 5? Nein, ich hab nicht mal 5. Aber, darum geht's nicht. L, nicht mal 10. Bro, ihr checkt doch, was ich meine, ihr Wichser, Mann! Ach, komm, scheiß auf euch, Digga. Er ist in den Gebieten Kunst, Kultur, Wissenschaft und bürgerschaftliches Engagement tätig. Er war ein Nazi-Kriminer, der ein Konzentrationskampf in Deutschland-Occupied-Poland hat, der Tausende von Forced- und Slave-Laborern, Herbert Quant entkam wie sein Vater der Justiz. In den Nürnberger Prozessen wurden einige Hauptkriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs zur Rechenschaft gezogen. Ich will gar nicht wissen, was da im Hintergrund abging, Digga. Einer der Ankläger war damals der US-amerikanische Jurist Benjamin Ferencz. Er glaubt, wenn die heute bekannten Beweise zu Herbert Quant damals dem Gericht vorgelegen hätten, wäre er strafrechtlich verfolgt worden. Aber das wurde er nicht. Stattdessen blieb Herbert Quant einer der reichsten Deutschen. Er hinterließ seinen Kindern ein Vermögen, das sie heute noch zu den reichsten Menschen der Welt macht. Susanne Klatten und ihr Bruder Stefan Quant halten gemeinsam fast die Hälfte der Anteile an BMW. Beide sitzen im Aufsichtsrat. Sie leiten auch die Stiftung im Namen ihres Vaters, der nachweislich Nationalsozialist war. Sie scheinen bis heute, wo es nur möglich ist, Transparenz zu vermeiden. Ich verstehe nicht, warum ist das so? Warum macht man das so? Also ich meine, so Kinder oder Enkelkinder können ja nichts dafür, dass der Dad oder der Opa Nationalsozialist war und das dann halt die Firma vererbt hat und so. Dafür können die ja nichts. Aber, ich weiß nicht, das ist mega komisch. Bad Publicity? Ja. Wahrscheinlich ist dann Angst, dass die Aktie absaust, zu krass. Vielleicht auch so einfach, weil die CEOs sich so denken, jetzt hat mein Dad oder mein Opa. Bro, kranker Scheiß, Mann. Spokesman von Stefan Quant. And some of the questions were never answered, including do you think that the biography of Herbert Quant on the Herbert Quant Media. Oh, die sind selber der Überzeugung, ja. Transparent and accurate. Maybe. Das Presseteam des Familienbüros Quant hat uns geschildert, wie die Familie die Nazi-Vergangenheit ihrer Vorfahren aufarbeitet und damit umgeht. Erstens, Stefan und Gabriele Quant haben in einem Interview 2011 ausführlich darüber mit der Zeit gesprochen. Zweitens, seit 2011 unterstützt die Familie das Dokumentationszentrum für NS-Zwangsarbeit in Berlin. Drittens, Stefan Quant und andere Familienmitglieder haben einige ehemalige Zwangsarbeiter und ihre Angehörigen persönlich getroffen. Und viertens, Susanne Klatten unterstützt verschiedene jüdische Organisationen und hat für ihr Engagement einen Preis erhalten. Wir haben auch gefragt, warum die Quant die Erforschung ihrer Nazi-Vergangenheit erst begonnen haben, nachdem 2007 ein deutscher Dokumentarfilm über diese Vergangenheit herauskam. Die Dokumentation setzte die Familie massiv unter Druck. In der Antwort wird suggeriert, dass die Familie von der Berichterstattung erschüttert war und ihnen einige der Fakten nicht bewusst waren. Dokumentation zeigte aber auch, dass die Familie teilweise nicht dazu bereit war, ihre Vergangenheit gemeinsam mit den Journalisten aufzuarbeiten. Seit Beginn unserer Recherchen im Jahre 2002 werden alle Interviewanfragen abgelehnt. Schriftlich heißt es unter anderem, man wolle nur ungern in eine Situation gebracht werden, sich dafür verteidigen oder gar entschuldigen zu müssen, dieser Familie anzugehören. Die Familie hat auch einige unserer Fragen nicht beantwortet. Zum Beispiel die Frage, warum sie weiterhin den viel kritisierten Herbert-Quant-Medienpreis für Journalisten vergibt. Ob sie planen, den Namen der Herbert-Quant-Stiftung zu ändern, blieb ebenfalls unbeantwortet. Sie verweisen in ihrer Antwort an uns auch auf zwei Webseiten. Auf der einen findet man die Biografie von Herbert-Quant. In dem Text erwähnen sie zwar einige seiner Verbrechen, loben ihn aber trotzdem als eine der prägenden und visionären Persönlichkeiten der bundesdeutschen Unternehmens- und Wirtschaftsgeschichte. Er bewies Wagemut und Weitblick. Naja, naja. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich große Teile der deutschen Bevölkerung zunächst gesträubt, die schrecklichen Verbrechen aufzuarbeiten und über... Also eine Hinrichtungsmauer und ein Galgen in der... In der Fabrik steht es, aber es ist wild, bro. Dann noch einen frischen Obstkorb, Freunde. Und dann Gleitzeit und dann erstmal schön auf LinkedIn erstmal ein paar neue Mitarbeiter suchen. ...über ihre Mitschuld zu sprechen. Junge, Junge, Junge. Und wir haben auch noch einen Ping-Pong-Tisch im Keller. Das änderte sich im Laufe der Jahre. Sehr egal. Wasser-Flat-Raid. Es gab Proteste, einen kulturellen Umbruch und schließlich ein Erwachen. In Deutschland entstand eine Erinnerungskultur und der nationale Auftrag, die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs unvergessen zu machen. Es ist unsere Verantwortung, die Gräueltaten des Naziregimes zu akzeptieren, uns daran zu erinnern und daraus zu lernen. Doch bis heute gibt es Menschen, die unbequeme Wahrheiten lieber verschweigen. Je mehr wir darüber nachdenken und daran erinnert werden alle, genauso wird man im Ausland daran erinnert. Und wir müssten endlich mal versuchen, das zu vergessen. Solche Aussagen sind inakzeptabel und dürfen nicht geduldet werden. Gerade in Zeiten, in denen Neonazis und rechtsextreme Politiker Geheimpläne schmieden, um Millionen von Menschen aus Deutschland zu vertreiben. Bro, das müsst ihr euch reinziehen, falls ihr es noch nicht getan habt, Freunde. Sehr interessant. Falls ihr keinen Bock habt zu lesen, Freunde, das gibt es auch als Podcast bei korrektiv.org, Bro. Sehr interessant. Was ist das? Es haben sich ein paar Leute, die bei der AfD sind, ein paar sehr reiche Unternehmer und ein paar Leute, die zum Beispiel ehemalig, glaube ich, rechte Gruppierungen geleitet haben. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut zusammengefasst. Das ist getroffen, umso mäßig die, ich weiß nicht, was war genau die Überschrift, den Geheimplan gegen Deutschland. Das ist die Website. Oh, und Leute, auch von der CDU kann auch sein. Ja, das kann auch sein, ja. Ja, ja, hier steht es. Zwei CDU-Mitglieder, ja. Auf jeden Fall, ich war natürlich auch zuvor, das Ganze zu lesen, Freunde. Das gibt es hier aber auch als Podcast. Und Realtalk ist sehr interessant. Ich weiß, so Sachen wirken immer auf den Ersten nicht so interessant. Ist extrem interessant, Bro, sollte man sich reinziehen. Geht 29 Minuten. Wirklich sehr interessante Thematik, in meiner Meinung. Ich kann es euch sehr empfehlen, wirklich. Das sollte man, sollte jeder mal gehört haben. Es ist wichtiger, denn je... Geht einfach auf korrektiv.org oder gebt einen Geheimplan gegen Deutschland, das wird dann kommen, Chat. ...erinnern und friedlichen Widerstand gegen menschenfachtendes und demokratiefeindliches Gedankengut zu leisten. Hunderttausende Menschen haben am Samstag in mehreren deutschen Städten gegen die AfD und rechtsextreme Bewegungen demonstriert. Nie wieder Nationalismus, nie wieder Rassismus, nie wieder Hass, nie wieder Unterdrückung, nie wieder... Cheers! Stark, gutes Video, man. Ja, ich glaube, es gibt sehr viele Firmen, die hier nicht genannt wurden. Also ich weiß auf jeden Fall... Ich glaube, bei Müller gab es auch so etwas, was ich vorhin meinte. Da war irgendwas auch. Ich weiß aber nicht mehr genau, was. Es geht ja nicht darum, dass jetzt alle Firmen genannt werden, die so Sachen gemacht haben, sondern halt um grundsätzlich das Thema, glaube ich, so auf die Netze packen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich hab mehr Fans als du. Könn mich eigentlich nicht beklagen. Nur ein paar Widerstand. Was bildest du dir ein? Ohne mich wärm deine Abung.